Bis ganz nach oben? Guck mal, ob der... ähm... Wer ist das denn von uns? Ja, dann würde ich auch bis da nach oben. Obwohl, also bis hier wird schon wunderbar reichen. Man spricht mit einfach hier rein, ruft hier das Boot, dann geht's auf hier los. Das ist ja cool, also man kommt doch bis hier hin. Oder vielleicht ja auch noch höher. Nein, nein, oh Gott, ich werde zurückgeport. Nein, 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 nein. Nein, ich bin nicht abtransportiert. Nein, ich gehe heute. Nein, fuck! Ich bin jetzt irgendwo unten. Ah, Mist! Ah, kein... Ah, fuck! Das gibt's doch nicht! Ah, wie gut, dass ich mich nicht aufrege, sonst wäre ich jetzt aber echt sauer! Und noch nicht mal irgendwie da hier ganz in die Mitte von dem Scheiß-Map, fuck! Da hätten's doch auch ein paar Meter getan! Boah, ist das eine Scheiß-Mechanik! Mann! Fuck! Mann! Das ist... Nein! Das gibt kein Highlight! Ach, das ist... Niedererinnern, da ist mir nicht freigeschaltet am Arsch, seid ihr freigeschaltet! Fuck you! Arsch, ey! Mann, da oben waren wir! Ach, Mann! Scheiß-Scheiß-Herzen hier! Fuck you! Fuck! Diese fucking fuck-fuckers! Oh, Gegner! Ja, die müssen wir wieder da hinrennen! Ach, so ein Mist! Diese... Ich glaube, ich fluchte zu lange. Oh Gott, wenn man in irgendeinen Scheiß-Bereich reinrennt, der nicht freigegeben ist, dann sollen sie einen halt 10 Meter wegporten, aber nicht über die ganze Map! Ach, ist das ein Mist! Fuck! 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 Fuck us! Ja, echt, dann stehst du da und dann kommen sie dir mit diesen blöden fucking Herzen da überm Kopf! Vor allem, wo bin ich denn hochgerannt? Da hinten rum, glaube ich. Bei dem Haus hier, ja genau, bei dem Haus. Was ist das denn? Was ist das denn? Das bringt dir überhaupt nichts hier! Toll! Oh, es fährt! Wo ist das Scheiß-Pferd? Oh! 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 Ich habe da oben geschrieben, das wäre so Scheiße! Äh, die müssen irgendwas ändern, sonst kauft kein Mensch das Spiel! Das war bei Terra, glaube ich. Nachdem 3-2-Play-Go gegangen ist. Ach, ich weiß nicht. Nein! 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 Das ist falsch, wir müssen. Ach, diese blöde Flötenmusik geht mir jetzt auch auf den Sack! Ruhe! Sie können einen doch ein paar Meter weg porten, wenn man irgendwo hingeht, wo sie sie nicht wollen, aber ich tue wieder ganz runter ins Tal! Was haben die denn gedacht, warum ich bis da oben gerannt bin? Damit ich wieder runtergeportet werde. Oh, ich weiß nicht mehr wie es zurückgeht, bitte port mich da unten! Eure Mütterlutschen-Klostall. Mann. Mann, wo bin ich denn da hochgereicht? Ich hab hier den Krater. Ich will nur hier sitzen. Mann, scheiß Pferd, los. Mein Gott, das Pferd, unbeholfen. Ja, ich glaub, hier war es mit dem Pferd. Wie, ähm... Bin ich mit dem Gleiter hochgefahren? Ja, anscheinend. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu weit renne, sonst porten sie mich wieder 100 Kilometer weit ins Flachland. Also der einzig mögliche Startpunkt ist da zwischen diesen zwei Wasserfällen oben. Man darf ja nicht zu weit... Ja, damit können wir da eh keine Rennen machen. Die meisten Leute werden dann irgendwo hinrennen und werden zurück ins Tal geportet und werden sich beschweren. Oh, ich konnte nicht mitmachen, die hab ich zurückgeportet. Obwohl, das könnte auch lustig sein. Ähm, das sieht also gleich aus hier. Wo waren wir eben hier? Man, ich hab ja auch nichts Besseres zu tun hier. Es kostet ja also doppelt so viel Zeit wegen diesem Zurückgeport. Miss. So, ich glaub, hier war das, wo ich eben dachte, es geht nicht weiter. Ja, warte. Na, den Gleiter. Mit dem Gleiter geht's doch weiter. Yeah. So, und dann... Ne, noch höher. Ja, hier da lang. Also bis hierhin kann man ran, dann hier halt ins Wasser springen, Boot callen und rennen. Weil wenn man da höher geht, dann kommen sie einem mit... Äh, hier, ihr dürft da noch nicht rein. Wir porten euch mal zurück. Haha, ey Tybisch. Also ab hier kann man das Rennen starten. Hab ja auch genug Platz und so. Dann probier ich das gleich mal. Aber jetzt muss ich erst noch was trinken. Das ist nicht gut für meinen Blutdruck. Was schreibt Zwese denn da? Du kannst dein Heimatverein Siegburger SV... Oh, gibt's denn überhaupt? Keine Ahnung von Fußball. Hat 6 zu 0 gegen den 1. FC Köln verloren. Gut, dass wir uns nicht für Fußball interessieren. Aber Dank für die Information. Ja, die Texturen hier oben sind abenteuerlich. Hier total fein, daneben total verwaschen. Haben sie wohl irgendwie nicht gedacht, dass hier mal Leute hingehen würden. Ja, wir sehen's alles an. Wir decken alles auf. Weil hier, also ich weiß nicht, wie die Engine, also wie sie das hier gemacht haben, aber das ist schon eigenartig, oder? Hier sogar noch auf dem Boden hier Gras. Also nicht nur Bodentextur, sondern auch Objekte. Und direkt daneben so ein total verschwommenes Ding ist hier. Und da wird's wieder scharf. Was soll das? Weil also entweder bist du in der Gegend, wo sie nur Scheißtexturen haben, oder halt gute. Aber hier haben sie es so gemischt. Eigenartig, oder? Egal, so, wir starten hier jetzt das Rennen. Also Test für... Wee! Äh, Boot callen. Oh, nein, 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 steh, 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 steh! Nein, nein, weg! Nein, nein, nein! Äh, warte, wenn ich das Boot im Boot kölne, sind wir... Ach, Mann! Oh! Also man kann da kein Rennen starten. Das Rennen da geht nicht. Ich hab's bewiesen. Mann, das gibt's denn. Man springt ins Wasser und dann kriegt man da die Scheiß-Meldung. Man darf da nicht hin, wird runtergeportet. Ja, schön. Also da können wir kein Rennen starten an diesem Scheißfluss. Ich start's mal von der Brücke hier, wenn wir schon da sind. Dann will ich das wenigstens einmal fahren. Mann, so ein Mist! Das war doch wieder Ramon. Kann diese Scheiß-Musik mal aufhören. Das wär eigentlich ein ganz netter Anfang da oben, aber... Wir starten mal von der Brücke, wo ich eben war. Wir springen von der Brücke runter. Wir springen von... Ich springe jetzt von der Brücke runter. Das hat kein Sinn mehr. Ich springe jetzt von der Brücke runter. Mann! Mann! Was ist das deprimierend? Also... Ich will hier, oder? Nr. 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 was das hier alles ernten wenigstens lilia ja stirbt diese blöde flöten musik